Also, er konzentriert sich. So, hier ist also der Einstiegsvorgang. So wird also vorschriftsmäßig in eine Waschmaschine eingestiegen. Da werden oft Fehler gemacht, Kopf zuerst und so weiter. So, in dem Moment denkt er sich, ich hätte etwas Gescheites gelernt, aber jetzt ist es zu spät. You know what you're doing, I mean. In case you give me a sign, okay? Also, wenn es irgendwie Ärger gibt, bei diesem Zeichen mache ich auf. Okay. Ja. Gute Fahrt, mein Freund. Könnt ihr noch was sagen? Okay? Okay. Wie viele Waschkriegen machen wir? Fühlen wir mal pflegeleicht, oder? What do you think? Bei Kochwäsche gehen auch die Schuppen mit raus. It's good against dandruff. Okay. Almost ready? Go ahead, close the door. Close the door. So. So. Er hat natürlich eine Menge Luft mitgenommen, so ist er eine handelsübliche Waschmaschine. So, I don't have to do anything with it. I'm only the moderator, you see? Jetzt. Gleich auf Kochwäsche. Oh, lieber. So. Die erste Runde. Ah. Nach 20 Sekunden kommt mehr Wasser rein. Da bin ich aber froh. Das ist jetzt so wie hinten im VW über den Brenner. Jetzt wird's gemütlich. Das Wasser ist warm, falls Sie zu Hause Fragen haben. Die Goldfische vielleicht ein bisschen besser sehen, was passiert. Is he still okay? He doesn't give me any signs. Er macht ja jetzt nebenbei, he's opening the handcuffs. Äh, Kniffrau, dass er nichts vergisst. He is opening the, I hope, I mean, he forgot the keys. Aha, nun Seife, damit er besser rutscht. Ah, Zeichen, Zeichen, aufmachen, aufmachen. Hoppala. Hoi, hoi, hoi. So, da ist er. Hoppala. Alle Handschellen ab. Hoi, 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 hoi. Ja, 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 ja. Ah. Ah, Rich.